Diesen Part habe ich auf jeden Fall noch nie gemacht, merkt man gar nicht auch. GG, fair. Ey, LOL! Das hat einer ernsthaft schon gefinisht? If I was the sinner, would you be the preacher, would you be my... Yo, hey Leute, was geht ab und seid herzlich willkommen, meine Leute. Zu einer Runde Jump League auf dem Bementi Server. Herzlich willkommen an alle. So, jetzt gehen wir zu einer Runde Jump League, auch schon etwas länger nicht mehr. Und ja, es ist heute Samstag. Und ja, das Video kommt jetzt heute Samstag. Ganz einfach deshalb, weil... Einige werden es schon gemerkt haben, oder werden es vielleicht schon wissen. Aber ich bin ja im Moment sehr, sehr beschäftigt mit der Produktion von diesem Video. Für Minecraft Desperado. Und die Aufnahmearbeiten laufen auf jeden Fall auf Hochtun. Ich habe gesagt, ja, vielleicht kommt das Video schon heute. Aber ne, ich kann jetzt leider und muss leider bekannt geben. Ne, das Video wird morgen kommen. Immerhin. Oder vielleicht heute spät Abend noch. Ich weiss nicht. Auf jeden Fall nehme ich jetzt auch noch einen Runde Jump League auf, damit ihr überhaupt ja das seht heute. Und äh, ja. Also ja, gibt es heute noch einen Runde Jump League. So. Habe ich jetzt schon doch auch eine Woche glaube ich nicht mehr gemacht. Aber gut, ich bring ja eh nur noch drei Videos pro Woche raus. Von dem her ist das eh nicht so entscheidend. Gut. Aber, ähm, Jump League zocken kann man natürlich trotzdem immer wieder. Und ja, ich möchte halt auch so ein bisschen mal reden, um was es im Video geht. Also ich möchte noch nicht spoilern oder so, irgendwie. Und ich muss jetzt mal richtig konzentriert hier hinsetzen. So. Dann können wir ja vielleicht auch mal was reissen in dieser Runde. Wäre ja noch gut, na. Wäre ja auch dafür. So, ach man, was ist denn los, irgendwie. Wenn ich aufnehme, ist es anders zum Zocken als wenn ich streame. Keine Ahnung. So. Ja, nice. Geht doch. Also gut. Wir haben ähm, gestern Abend, Freitag, haben wir nämlich sehr sehr lange aufgenommen auf dem Community-Server. Und zwar haben wir da die Videoaufnahmen für den, äh, Kurzfilm gemacht. Der dann doch nicht so kurz war, aber in der und so. Er geht circa 17 Minuten. Alles, äh, in einem. Alles zusammen. Und ja, die Aufnahmearbeiten, wie gesagt, vom Video und auf dem Community-Server sind jetzt fertig. Wir haben jetzt heute Nachmittag, oder einfach heute, Samstag, wo ihr das Video seht. Wir werden einfach noch das Ganze machen, ähm, die ganzen Audio-Aufnahmen, weil die werden die im Nachhinein machen. Und mein Bruder ist gerade im Hintergrund. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Ihr wisst ja nicht das erste Mal. Wäre echt nicht das erste Mal. Ist ja auch schon das dritte Mal, fand's man ihn mal hören würde im Hintergrund. Aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Aber wie gesagt, äh, das wird heute noch stattfinden. Oder werden das heute noch machen mit dem Ton. Und dann muss ich das Ganze halt ändern. Ich glaube, das in einer sehr, sehr hohen Auflösung ändern. Damit natürlich auch ansprechende Qualität ihr dann zu sehen bekommt. Und das wird dann natürlich auch einige Zeit zum Hochladen dauern. So, und ich frage mich gerade, wie diese Stage hier funktioniert. Die habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht, glaube ich. Oder wenn, dann nicht in dieser Form. Aber okay, so wird sie anscheinend doch. Okay. Weil es gibt auch schon wieder neue Module, glaube ich. Oder ein paar neue sind auf jeden Fall dazugekommen, soviel ich weiss. Dieses Modul hier ist aber ganz ja nicht neu gekommen. Leider habe ich es schon ein paar Mal gemacht. Und ja, es läuft eigentlich gut. Ich bin jetzt dritter Platz aktuell. Und ja. Ich möchte auch nicht irgendwie spawnen im Moment, was so im Film vorkommt. Weil im Livestream dabei war. Im Livestream habe ich ja mal teilweise so ein bisschen was gezeigt, was alles da vorkommt. Aber eben nur teilweise, wie gesagt. Nicht alles. Und ja. Wie gesagt, ich möchte nicht spoilern. Ihr seht das Ganze ja dann morgen wahrscheinlich. Und ich hoffe, dass ich es bis morgen hinkriege. Aber darf dann auch kein Problem sein. Weil ja, ich werde heute wahrscheinlich bis in die tiefe Nacht hinein daran schneiden noch irgendwie und dann das hochladen. Und ja. Auf jeden Fall an alle Leute, die das Video jetzt schon am Samstag und heute sehen. Morgen am Morgen. Sonntag ist natürlich wieder Livestream. Wir werden dann mit dem Endercrank streamen. Mal wieder. Ja. Ich glaube, es ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, wo ich mit Ender streamen werde. Und ja. Es ist eigentlich immer schön chillen mit ihm. Und deshalb werde ich auch sagen, Leute. Schaut auf jeden Fall vorbei morgen. Und ansonsten was gibt es auch für die Infos. Irgendwie. Es ist ja schon der Auffahrt und ich hatte halt jetzt ein paar Tage frei. Und es kommt mir so vor. Irgendwie hat ich wirklich extrem lange keine Videos mehr gemacht. Einfach nur. Aber ne. Es ist ganz normal. Wie im Moment. Funktioniert ja alles nach Plan. Es gibt immer Mittwoch ein Video. Und Samstag und Sonntag. Und ja. Aber ich habe nicht so das Gefühl. Ich persönlich habe so echt das Gefühl. Ich bin aus dem Rhythmus draußen. Und ja. Okay. Es ist jetzt heute mal wieder ein Video. Was ich halt wieder mal aufnehmen. Gut. So. Und jetzt den Spuren wir schaffen. Ja. Nice. Nice. Nice oder nicer. So. Und hier rüber. Gut. Okay. Vielen Spuren nicht mehr. Und dann haben wir die Stage auch schon. Ich glaube, die habe ich noch gar nie geschafft. Was könnte jetzt sehr so gut sein. An dieser Teil kommt mir so neu vor. Und darauf einfach auch überhaupt nicht bekannt. Ey. Also jetzt. Wenn ich mache, geht es extrem lange. Bis das Feuer merkt, dass man es wenigstens geschafft hat. Oh fuck. Oh Leute. Ich habe gar nicht gedacht, dass man es geschafft hat. Okay. 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 Diesen Part habe ich auf jeden Fall noch nie gemacht. Merkt man gar nicht auch. GG. Fair. Äh. LOL. Das hat einer ernsthaft schon gefinisht? Okay. Nach nicht mal 5 Minuten glaube ich. Na gut. Läuft bei dem. Ich glaube ich werde der Dritte jetzt am Ende. Dann schauen wir mal, was wir noch anrichten können. Oder wir werden ihn killen können. Oder wir werden ihn auch abstauben. Oh. Ja du hast nicht gekriegt. Oh schade ich bin tot. Ich bin tot. LOL. Wenn ich keine Ahnung. Ich bin so unkonzentriert. Obwohl der Livestream, wo ich auch relativ viel PvP gespielt habe, noch nicht mal eine Stunde her ist. So los. Ich will den kriegen. Oh man ist lag. LOL. Playminity. Was ist los? Ach komm ich bin eh auch tot. Also gehe ich einfach mal noch YOLO auf den drauf. YOLO mal da dodo. Okay. Der hat den anderen gekriegt oder? Oder nicht? Ich weiss gar nicht. Okay. Ich versuche auch irgendwie wegzulaufen. Das wäre auch nicht mal annähernd Jonas bringt. Genau. Da bin ich auch schon tot. Was für ein Hunde lol. Aber der andere hat echt extrem schein gefinisht. Oh man wer war's denn eigentlich. Wer hat das Goal gewidget? Ähm. Geh mal LP50. Moment mal wo ist er? Ja. Er lebt ja gar nicht mehr. What? Es war ein Gamer LP50. He switched the goal. Hey Leute. Ist er schon gestorben? Der scheint raus zu sein. Okay. Läuft bei dem. Hört's an Leute. Auf jeden Fall. Lasst es positiv werden. Und auch wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns dann eh. Ja. Am Mittwoch wieder. Weil morgen. Kommt wahrscheinlich der Kurzfilm. Oder sonst vielleicht auch heute Abend. Je nachdem. Wie gesagt. Macht's gut Leute. Und Peace out. loved ones. Many fansomeners. My phone read away. Good morning. Boah. Liked Es인데. Bye. Nochmal. Wamb dua. America. Boah. Garns. In م kiKAоче. Goah. Yep. Lo manque alle. Yes! Det mien. Ahem.